Formale Ontologie bezeichnet Projekte ontologischer Theoriebildung, welche sich weitgehend formaler Instrumentarien bedienen, wie sie in den letzten Jahrzehnten in der analytischen Ontologie nach dem sogenannten Ontological Turn entwickelt wurden. Ähnlich wie die formale Logik keine konkreten Gehalte studiert, sondern logische Beziehungen im Allgemeinen, beschreibt die formale Ontologie allgemeine Eigenschaften, Beziehungen, Identifikations- und Identitätskriterien von Objekten überhaupt. Teilweise bilden dabei unsere Urteile über die Strukturen der Wirklichkeit den Ausgangspunkt der Untersuchung. Zur praktischen Anwendung zur Wissensrepräsentation von einigen Projekten formaler Ontologie VGL Ontologie, Begriffsgeschichte Den Begriff formale Ontologie gebrauchte zuerst Edmund Husserle. Nach ihm lässt sich die reine Logik in eine apophantische Logik und eine formale Ontologie gliedern. Ersterer ist die Logik der Bedeutungskategorien. Letztere bezeichnet eine formale Theorie der Gegenstände. Besonders seit den 1980er Jahren werden Theorien der formalen Ontologie auch im Kontext der analytischen Ontologie sowie der Informationswissenschaft entwickelt. Richtungsweisend war hierbei Patrick Hayes. In einem frühen Manifest von 1979 formulierte er das Programm einer Formalisierung des Alltagsverständnisses über die aktuelle Welt. Dies weichte er später in Richtung einer formalen Theorie der Strukturen möglicher Welten auf. Diese Versuche sind auch anwendbar auf Probleme der Organisation von Information etwa in umfangreichen Datenbanken.